Die SPD-Chefin reiste am Dienstag nach Brüssel, um sich mit EU-Abgeordneten und der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Federica Mogherini, zu treffen. Nahles ist als Europapolitikerin bislang kaum in Erscheinung getreten. Doch in der aktuellen Regierungskrise kann ein wenig internationales Flair nicht schaden, hoffen die Genossen. Die SPD ist in einer komplizierten Lage. Die Große Koalition steckt in einer existenziellen Krise, Innenminister Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, beide CSU, treiben Kanzlerin Angela Merkel, CDU, im Streit über die Flüchtlingspolitik vor sich her, setzen Fristen und drohen offen mit dem Bruch. Und die SPD? Kommt kaum noch vor, versucht sich rauszuhalten und ist doch auch Leidtragende der Krise. Die Sozialdemokraten sind gefangen in einer Koalition, die große Teile der Partei nicht wollten. Der Streit über die Zurückweisung von Asylbewerbern droht nicht nur die Union zu spalten, er stellt auch die SPD vor massive Probleme. Inhaltlich sind die Genossen auf Merkels Seite. Sie lehnen Seehofers nationalen Alleingang ab und pochen auf eine europäische Lösung. Doch strategisch steckt die SPD in einem echten Dilemma, Nahles und Co. können sich kaum links von Merkel positionieren, weil sie damit ihr Stammklientel, das die Flüchtlingspolitik der Partei ohnehin kritisch sieht, weiter vergraulen würden. Zugleich können sie die Pläne der CSU, die ja offenbar weit über die Zurückweisung an den Grenzen hinausgehen, auch kaum akzeptieren. Das würde einen Aufstand in der Partei auslösen. Nahles drohte am Montag bereits mit einer Blockade, sollte Seehofer sich durchsetzen. Kann deswegen nur sagen, dass eine Einigung zwischen CDU und CSU keinen Automatismus für die Zustimmung der SPD bedeutet, sagte sie. Es gehe um eine gemeinsame europäische Lösung und um das Wiederabweisung. Seehofers Plan löst kein einziges Problem, wenn es um die eigenen Vorstellungen geht, bleibt die SPD vorerst aber noch recht unkonkret. Nahles schlägt vor, das beschleunigte Asylverfahren, das 2016 für Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten vereinbart wurde, auch für die sogenannten Dublin-Fälle anzuwenden. Also zum Beispiel für Flüchtlinge aus Syrien oder Afrika, die zunächst in einem anderen EU-Staat registriert worden sind. Das wäre im Gegensatz zu Seehofers Plan vereinbar mit dem europäischen Recht, sagte SPD-Vize-Ralf Stegner dem Spiegel. Wenn Deutschland im Alleingang Asylbewerber zurückweise, würde das dazu führen, dass in Italien und Griechenland kein Flüchtling mehr registriert werde, warnt der schleswig-holsteinische Landeschef, Seehofers Plan löst kein einziges der Probleme, verschärft aber die bestehenden. Die SPD-Führung saß am Montag bis spätabends zusammen und diskutierte die verschiedenen Szenarien. Einige seien sehr pessimistisch, dass Merkel und Seehofer sich noch einigen, heißt es aus der Runde. Und selbst wenn, dann droht der nächste Konflikt. Denn ob Seehofers Masterplan die Zustimmung der SPD findet, ist sehr fraglich. Bisher liegt er der SPD nicht mal vor. Offenbar plant der Innenminister, die Versorgung von Flüchtlingen fast komplett von Geld auf Sachleistungen umzustellen. Davon steht nichts im Koalitionsvertrag, warnte Stegner, wir werden keine Schikanen gegen Menschen mitmachen und auch nicht zulassen, dass die Union durch die Hintertür gegen unsere Vereinbarungen verstößt. Endlich eigene Ideen vorliegen, doch würde eine Eskalation in diese Frage der SPD wirklich nutzen? In Umfragen liegt die Partei seit Monaten unter ihrem historisch schwächsten Bundestagswahlergebnis von 20,5%. Neuwahlen kann die SPD also kaum wollen. Was ist die Alternative? Nils Heisterhagen, Sozialdemokrat und Ex-Redenschreiber in der IG Metall, hat ein kluges Buch geschrieben, das in der SPD für Aufregung sorgt. Das Werk trägt den Titel Die liberale Illusion. Warum wir einen linken Realismus brauchen. Heisterhagens Vorwurf, die SPD habe Merkels Mantra wir schaffen das leichtfertig übernommen, ohne zu erklären, wie das eigentlich gehen soll. Die SPD muss endlich eigene Ideen für die Probleme in der Flüchtlingspolitik vorlegen, meint Heisterhagen. Die SPD ist doch immer eine Partei gewesen, die sich auch ins Detail begibt. Wir können das ja auch schaffen. Nun müssen wir dafür auch Realismus beweisen. Der Autor empfiehlt vor allem, die Debatte nicht länger nur über die Frage zu führen, wie viele Menschen eigentlich aktuell ins Land kommen. Die SPD muss die Frage klären, was geschieht eigentlich mit denen, die schon hier sind? Die müssen in den Arbeitsmarkt integriert werden, sagt er. Nur ein Viertel der Flüchtlinge habe bislang einen Job, das sei zu wenig. Heisterhagen befürwortet staatlich geförderte Maßnahmen, etwa in den Bereichen Altenpflege, Straßenreinigung oder Bau. Da gibt es großen Bedarf, sagt er. Die SPD sollte Keynes-Irnesch denken und Jobs einfach schaffen. Wir brauchen einen New Deal für Integration. Die aktuelle Debatte in Deutschland sieht der Autor mit großer Sorge, sowie die Diskussion derzeit geführt wird. Profitiert davon nur die AfD. Sie wollen die Sonntagsfrage für den Bund beantworten? Stimmen Sie hier ab. Wie funktioniert die CIVAI-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut CIVAI arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt, River Simpling. Es werden also nicht nur Nutzer von Spiegel Online befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht CIVAI eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den CIVAI-FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei. Die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im CY White Paper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet, bei jeweils rund 90% der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95%. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein. Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweiligen Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. CY-Umfragen sind derzeit neben Spiegel Online in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht CY-Wei transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das, liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Sie dienen allein dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt CIWAI statistische wie auch technische Methoden. Wer steckt hinter CIWAI? An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen CIWAI-Umfrage teilzunehmen. CIWAI ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben Spiegel Online auch der Tagesspiegel, Cicero, der Freitag und Change.org. CIWAI wird durch das Förderprogramm Profit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. CIWAI ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. CIWAI ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin.